Und seinen Damen wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 2 mit ihm. So, Mission 2 ist hier. Sie sind auch noch bei der Schlacht bekannt. Wir haben in der letzten Folge den Tigerkern kennengelernt. Und sind jetzt die Brigadeanwaltungen besetzt. Sie setzen ein deutsches Feldhauptquartier und dringen sie die feindlichen Gegnern in den Griff zurück. Das wird jetzt richtig hart. Ich habe die Mission noch dunkel in Erinnerung. Gut, ich muss mal sagen, liegen wir trotzdem auf. Mal gucken, ob man diesmal drauf hien, was? So, hier spielen wir noch für Söldner. 14. Juni, 1944, 9 Uhr. Amais Hürs Solé, Frankreich, bedeckt 19 Grad. Am gestrigen Tag musste die 7. Panzerdivision einen Niederlager einstecken. Der Tiger, dem wir bei Saint-Laurent gegenüberstanden, überraschte uns direkt östlich von Villaray-Boucage. In nur 10 Minuten war unser Konvoi nur noch eine Reihe 20 brennender Wracks. Wir konnten nur zu sehen, wie unsere Panzer ohne Wirkung auf den Tiger feuerten, bevor sie selbst zerstört wurden. Wir erhielten die Befehle, uns in einer Defensive-Formation nach Coman zurück zu ziehen. Khan würde noch etwas warten müssen. Sergeant John Davis, 7. Panzerdivision. Deckung zum Stall, los! Kampen! Na, bei mir rein! Bewegung! Nicht anhalten! Vorsicht! Granate! MacGregor, die Stahltür aufmachen! Mit mir kommen! Bin direkt dahinter! Im Nordosten! Ich bin direkt dahinter! Du siehst die Radieschen ganz eindeutig noch vor dem Kriegsende von unten. Zeit am Boden! Deutsche Truppen! Merz und Schock! Schalte die Deutschen auf! Mein Hammer! Feuer! Eröffnen! Feuer! 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 Deutsche Truppen! Feiert sich von unten! Ey! Männer, hab ich erwisst! Nur, in Deckung bei der Ferne-Mauer-Gegner! Auf einen! Er wurde getroffen! Truman! Aufmerksamung! Keine Nacht! Fürst! Deckung! Ich muss nachladen! Feind ab, Bord! Feind ab, Bord! Aufmerksamung! Arbeit hier! Da bleiben! Okay! Ich komme mit! Schaltet die Mörser-Teams aus! Britische Infanterie! In der Nähe der Sandbekämpfung! Deutsche! Wer hat geschockt! Er nimmt's! Ein Rohr! Eine Granate! Lauf! Deutsche Dritten! Neben den Sand, Zerkenn! Schaltet die Deutschen auf! Eine Granate! Lauf! Er hat geschockt! Neben den Sandsecken! Zur Rechten! Vor uns! Zerstören die Felder! Verbreite! Er hat geschockt! Deutsche! Auf der anderen Seite der Küsten! Im Westen! Begegnet! Er hat geschockt! Er hat geschockt! In diesem zerstörten Feuer! Auf die britischen Truppenfeuern! Deutsche Infanterie! Neben den Sandsecken! Vor uns! Auf der anderen Seite des Lebens! vitalen Cyclopsopsraining Weg von der Fitschengranate! Geh! Leiden nach! Bleib her! Die Dämpfe stecken die Meile! Geht hier raus! Ok, ich komme mit! Deutsche! Erdgeschossen! Mann am Boden! Die Dämpfe stecken die Meile! Ich bin hierher und ich bin hierher! Die Dämpfe stecken die Meile! Deutsche! Erdgeschossen! 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 Die Schiff! Heizliche Truppen! Er ist geschossen! Rechte Seite! Die Schiff! Deutsche Truppen! Nichts! Heizliche Truppen! Gehen uns in den Kamm! Gehen uns in den Kamm! Gehen uns in den Kamm! Heizliche Truppen! Er ist geschossen! Feuer öffnen! Heizliche Infantilien! Er ist geschossen! Er ist geschossen! An den Boden! Obseckung! 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 Oh! Verdammt! Es war jetzt die Wechselung! Na, bei mir bleibt! Okay ich komme mit! Deutsche Truppen! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! Man am Boden! Du siehst die Radieschen ganz eindeutig noch vor dem Kriegsende von unten. Deutsche! Erdgeschoss! Arbeitgebleiben! Zeit am Boden! Deutsche! Erdgeschoss! Erdgeschoss! Deutsche! Oben im ersten Stock! In den zerstörten Gebäuden! Schaltet die Deutschen aus! Feindliche Truppen! Bei den Fässern da drüben! Drüben! Im Westen! Drei! Brauch Deckung! Lauf nach! Komis! Erdgeschoss! Erdgeschoss! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Schönen wir mit den K vinden! Hannesfeffer! Okay ich halte den Rücken frei! Deutsche! Erdgeschoss! Echte Seite! Einer bin ich oben im ersten Stock. Deutsche Infantrie, oben im ersten Stock. Macht sie nieder. Wir, Deko, brauchen Sie. Ich muss noch einen Anladen. Eber, die Flasche zur Deckung. Eintriche Kanate! Die Flasche sind auf der Spannung. Deutsche Truppe! Links! Deutsche Infantrie, hier ist die Schuss! Spätfeuer! Mit Räger, in Deckung gehen! Los! Deutsche! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! Sanitäter! Meier! Brauche Deckung! Lade nach! Es sind die Erdgeschoss! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! Der Träger! Auf Deckung! Lade nach! Zeugensierfantrieb! Erdgeschoss! Rechts zur Seite! Ich hab einen! Ich hab einen! Speerfeuer! Feuer! Auf die Truppen konzentrieren! Machen! Die Engländer! Erdgeschoss! Die Engländer! Erdgeschoss! Erdgeschoss! Die Erdgeschoss! Das ist nicht ganz groß! Feist mit Kingfuck? Feist mit Kingfuck? Erdgeschoss! Schaut ihr Infanterie! Erdgeschoss links! Zucht euch eben, Moschuk! Weg zur Seite! Der Weg! Schade nach! Leute! Links! Auf der anderen Seite der Sandzecke, Richtung Südwesten! Das war's für ihn! Gute Arbeit, Jungs! Jungs, wir müssen das Feld-HQ im Nordmein nehmen! Mit! Bei mir bleiben! Okay, ich folge! Deutsche da draußen! Vor uns! Sie wissen, dass wir hier sind, Jungs! Grabt euch ein und käpft! Feuer eröffnet! Ein MG-42! Stirb, du Helle! Das muss sein! Gut so! Immer schön festnageln! Kein kaputten! Soviel zu den leichten Teil, Jungs! Das Bauernhaus ist das Erdstück der deutschen Verteidigung! Bewegung! Deutsche! An der kaputten Mauer da! Nordwest nicht von hier! Smith, der Guss! Ich muss nachladen! Weichei! Und ganz vermies! Verweichlich! Schein hat's erwischt! Wir müssen hier nicht beschreiten! Wir müssen hier nicht! Wir müssen hier nicht beschreiten! Gehen raus! Sollte Truppen! Leider! Weg vor uns! Wir kommen zu den Arkanen! Man aborten! Bei der zerstörten Mauer! Geradeaus! Steinkt zu drücken! Bei der kaputten Mauer! Im Nordwesten! Kein Armbruch! Hab ihn erwischt! Feindliche Truppen! Jenseits der kaputten Mauer! Feindliche Truppen! Jenseits der kaputten Mauer! Feindliche Truppen! Jenseits der kaputten Mauer! Schaltet die Deutschen aus! Ein Deutscher weniger! Ja! Hier habt ihr die Granate, Tommys! Vorsicht! Granate! Einen Haus erwischt! Wir werden die Nerde, Tommys! Es gibt den Schlips da! Oh Gott! Ich schhibe die Nerde! Ich schwere die Nerde! Geh, du Idiot! Man, verzahde nach! Man am Boden! Kessler, bei mir bleiben! Schreiber, Fälldeckung geben! Ich muss nachladen! Sofort! Mörder im Boden! Hälftenbach, nah bei mir bleiben! Deutsche Truppen, hinter der kaputten Mauer! Drüben im Westen! Schreiber, Aufdeckung! Zahne nach! Mörder im Boden! Schreiber, die Wälder in die Wälder! Na, aufdeck dich meine Schanlagen! Deutsche Kanade! Weg! Feind am Boden! Feindkraft! Auf Kein! Auf Deckung! Lade nah! Na, bei mir bleiben! Ja! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Das war zu Hilfe! Schneider! Schnell! Denkungen geben! Ich muss nachladen! Bei mir bleiben! Ja, gehen Sie vor! Er hat getroffen! Du elender Bastard! Ich hab einen! Ich hab einen! Gruppiert euch neu, Jungs! Hier drüben auf meine Position! Los! King Six an Easy Six! Wir haben unser verdammtes Ziel eingenommen! Ende! Verstanden, King Six! Achtung! Weitere feindliche Patrouille nähern sich Ihrem Sektor! Verteidigen Sie unsere Flanke gegen deutsche Gegenangriffe! Sie müssen uns genug Zeit verschaffen, um den Rest der Division in Sicherheit zu bringen! Ende! Ihr habt es gehört! Bezieht Verteidigungspositionen im Bauernhaus! Los! Sie kommen von Süden aus! Sucht euch eine gute Position und macht euch bereit! Walsch! Ich hab alles unter Kontrolle! Bresch auf die Truppen! Deutsche! Die Zettel kaputt! Deutsche! Los doch! Seid mir! Wir schalten! Wir öffnen! Die Zettel kaputt! Angriff! Angriff! Haft! Eine! Wir brauchen nie weniger um den... Mann am Boden! Deutsche! An der kaputten Mauer da! Südöse kommen wir über die Ostflanke! Wir brauchen hier etwas Hilfe! Sie sind sie! Da drüben bei den Bäumen! Zeit am Boden! An der kaputten Mauer! S Oxen! Mit der Kaputten! Ah! Oh! Oh! Die zerstörten Mauer! Oh! Die Schmerzen im Torfeuer! Ah! Inein ist er nicht! oh! 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 Die Jungs! Oh! Oh! Scheiße! Noch mehr Deutschen kommen über die Aufsseite! Bei Schäferdei! An der kaputten Mauer da! Macht sie nieder! Hab ihn erledigt! Mann am Boden! Wir brauchen hier etwas Hilfe! Entdeckung! Schäfer! Entdeckung! Neute Truppen! Da drüben! Bei der kaputten Mauer! Wie wichtig von uns? Halt! Halt! Ein SG-43 im Süden! Halt in eure Positionen! Richard! Okay! Deutsche Truppen! Hinter der kaputten Mauer! Mann am Boden! Deutsche Ballade! Weg! Englische Truppen! Bei der kaputten Mauer! Halt! 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 Deutsche Truppen! Jenseits der kaputten Mauer! Züchten! Mann am Boden! Halt! Du siehst die Radieschen ganz eindrücklich noch vor dem Kriegsende von uns! Halt! 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 Du siehst die Radieschen ganz eindrücklich noch vor dem Kriegsende von uns! Halt! Und schalten sie der Panzer aus! Los! Halt! 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 Auf der anderen Seite der kaputten Mauer! Südlich von uns! Ohne Panzerabwehrwaffe sind wir am Arsch! Sanitärer! 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 Lenker! Halt! Halt! Dann geh inад Hannes! Mach die wieder! Zeit für uns! Deutschen! Sanitärer! Die Leuchte in, Fattery! Bei der kaputten Mauer! Südöstlich verrufen! Jake! Sucht euch irgendwo Schutz! Sergeant Davis, benutzen Sie Ihren Sprengstoff und tauen Sie in den Panzer auf die Ohren! Halt die Leuchte! Schalten Sie die Leuchte auf! Gut so! Immer schön festnageln! Die Leuchte in, Fattery! Die Leuchte in, Fattery! Die Leuchte in, Fattery! Nadel nah! Deutsche! Nichts raus! Mann am Boden! Sergeant Davis, benutzen Sie Ihren Sprengstoff und tauen Sie in den Panzer auf die Ohren! Los! Die kaputten Mauer! Südöstlich von uns! Letzten! In Deckung! Feind am Boden! Deutsche! Gut so! Immer schön festnageln! Letzten! Deutsche Infanterie! Hinter der kaputten Mauer! Schaltet die Deutschen auf! Schalten Sie auf! Schalten Sie auf! Schalten Sie auf! Sergeant Davis, benutzen Sie Ihren Sprengstoff und tauen Sie in den Panzer auf die Ohren! Los! Deutsche Infanterie! Im Osten! Schalten Sie auf! 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 Dann die Höhlen! Zeig, Sir! Deutsche alte Infanterie! J afgheart! Deutsche Granate! Weck! Mann am Boden! Da drüben, bei der kaputten Mauer, im Südwesten! Sergeant Davis, benutzen Sie Ihren Sprechstoff! Hauen Sie Ihn den Panzer um die Ohren! Los! Vorsicht, Granate! Sanitäter! Jetzt schmachen Feuer, Männer! Sie ziehen sich wohl zurück! Kommt bald wieder, ihr Deutschen! Wir warten natürlich noch auf euch! Verdammt gute Arbeit! Okay, gehen wir raus und kopieren wir uns! Feind am Boden! Verdammt gute Arbeit, Männer! Die 7. Panzerdivision hat es dank uns an dieser Flanke geschafft! Unsere Arbeit hier ist erledigt! Also verschwinden wir jetzt von hier! Wir haben hier im Studio an. Und das ist so wichtig! Wir wissen auf dieser Flanke bei uns, aber da kann ich den Flanke nehmen! Und am Ende geht's der Flanke, und dann geht's gar nicht um! Wir haben hier raus! Wir sind bewe Incorporation! Wir werden hier gegen uns her geography. Wir ändern uns die Flanke. Und wir haben hier! Wir haben ihn mit einer Flanke. Wir haben ihn mit einem Flanke. Wir haben hier und dass wir in Gjewen abgehend sind. Wir haben die Flanke. Wir haben ihn mit eine Flanke und eine Flanke. Musik Na, eigentlich ist die Musik vorbei. So, meine Lieben, wir haben es geschafft. War doch nicht so einfach. Aber wir haben die britische Kampagne durchgespielt. Gut, wir sind wieder ein paar Mal unglücklich gestorben. Ja, manchmal war ich halt ein bisschen, da kam ja die Gier ein bisschen zu hoch. Na ja, gut. Sieg, es gibt keine Atheisten in Schützenlöchern. Es ist kein Argument gegen Atheismus. Es ist ein Argument gegen Schützenlöcher. James Morrow. So, meine Lieben, damit hätten wir jetzt die britische Kampagne durch. Durch. Und ab jetzt sind die die amerikanische Kampagne mit der D-Day. So, meine Lieben, dann bedanke ich mich für das Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Call of Duty 2 wieder. Ne? Also, habt einen schönen Abend, schönen Tag. Und tschüss. Ein Jahrhund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.